Das hängt an einer Schnur. Mit einem Saugnapf zieht er die Scheibe zu sich, dreht mit der Schnur den Griff um und das Fenster ist auf. 10 Minuten 30. Und wenn Sie das öfter gemacht hätten in der letzten Zeit, dann wäre es auch an 2 Minuten gegangen. Aber das war natürlich sehr einfach. Wir spuren zurück. Denn was, wenn das Fenster ordentlich verschlossen ist? Es gibt eine Möglichkeit, also ich kann mir das jetzt bohren und das klappt fast völlig geräuschlos.